Wahrheit! Aua! Oder Pflicht! Freunde, heute geht es um, dass sie unseren Arsch wieder für Flick... Flicks... 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 Verkaufen! Und somit... Leute, meine kleinen Meister, und willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Leute, heute spielen wir eine Runde über Ein- oder Pflicht. Wenn ich schnell rede, dann schreibt ja in den... Schreibt ja in den... In den Kommentaren, meine ich. Und mit dabei ist heute... Kein Gerinnerer als der fetteste Mensch auf dem Mars! Wenn er auf dem Mars wäre! Ange! Erstmal bist du der fetteste Mensch, weil wenn du auf der Erde stehst, ne? Ja! Dann berührst du mit deinem Bauch den Mars! Ja! So ein Ding ist das, Leute! Und ich muss mal sagen, André, bist du bereit? Normal! Okay, du hast... Du hast... Hier ist Wahrheit! Wir gehen aber direkt Arsch verkaufen! Hier ist Fight-Map! Und gebaut ist die Map von... meinem Bauteam... Azubi, der bald Mitglied ist! David and Lee! Danke! Kusten raus! André, den Arsch verklaufen! Klaufen! Klaufen! Bis bald! Ja! Boost! Sieben! Ich zahl! Wenn jetzt vier... Dreizehn! Ja! Okay, okay, okay! Was ist in der Sieben, Digga? Was ist in der Sieben? Ich tu es! Ey, was ekliges, Digga! Ach, das schon wieder, Digga! Das schon wieder, Digga! Schon wieder das, Digga! Ehrlich, Digga! Was soll ich mich jetzt anmalen? Was soll ich mir malen? Mal dir was anderes! Ich will jetzt... Ich mal mir eine Blume ins Gesicht! Mal dir einen Schwanz! Mal dir einen Schwanz auf die Stirn! Digga! Doch keinen Schwanz, Digga! Ich hab einen Cap auf! Ich muss auf Backe irgendwas machen! Ja, mach auf Backe einen Schwanz! Schwanz? Ja! Mann! Der Kuni schreibt nicht, Digga! Warte! Ist er malen? Ja! Äh... Es ist der schönste Schwanz, den ich je gesehen habe! Okay, Freunde! Wir können mal sagen... Was? Okay, Andre! Let's go! 13, Digga! Jetzt musst du dir, Digga, irgendwie eine Scheiße machen! Tu es! Mach eine Insta-Story, wo du sagst, dass du aus Versehen deine Autoschlüsse im Auto hast und nicht... Was? Ich hab nicht weiterlesen können! Ich soll sagen, dass ich meinen Autoschlüsse im Auto hab und ich komm nicht rein! Das Ding ist, ich hab kein Auto! Wie soll ich eine Insta-Story machen? Tu es! Ja! Okay! Okay, mach ich jetzt! Ich mach eine Insta-Story! Ich sag, äh, mein Auto! Wir sehen jetzt live, wie Andre die Insta-Story macht und let's go! Soll ich jetzt einfach sagen, ich hab meinen Schlüssel im Auto vergessen und ich komm nicht mehr rein? Ja! Hi! Ich hab meinen Schlüssel im Auto vergessen und ich komm nicht mehr rein! Klitsch, Digga! Keiner wird einfach checken, um was es geht, Digga! Oh mein Gott! Okay, Freunde, ich will mal sagen... Da die Aufgaben gerade lame sind, machen wir direkt nochmal zwei, Leute! Auf geht's, Digga! Oh, Digga! Let's go, Digga! Let's be sexy! Warte, erstmal Mützen gern hier, zack! Ja! Und let's go! Fünf, Digga! Ich hab Glück! Bitte, ich will vier! Ich mach vier, achtzehn! Oh, ich mach auch fünf! Äh, nein! Vierzehn! Jaaaa! Diesmal machen wir deine zur ersten Fettsack! Achso! Ja, diesmal machen wir vierzehn zuerst! Guck mal hier, guck mal hier! Ich sag dir, da ist nix drinne! Free! Fünfunddreißig! Kniegeschütze, Digga! Das schaff ich nicht! Das schafft der Fettsack nicht! Doch, schaff ich wirklich! Aber ich weiß nicht, ich kann euch das nicht zeigen! Mach, mach Kniebeugen! Fünfunddreißig Kniebeugen! Ja! Dann kann ich nie wieder laufen! Mach Kniebeugen! Ich mach zehn! Mach fünfunddreißig! Das ist die Aufgabe! Okay! Man sieht mich nicht! Egal! Warte, ich mach es! Tu es! Eins! Zwei! Drei! Vier! Zwei! 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 Let's go! Okay, Freunde! Adria hat seine Aufgabe bestanden! Denke ich mal, ihr habt es jetzt im schnellen Durchlauf gesehen! Okay, Freunde! Gehen wir zu Nummer fünf! Und ich muss! Kipp dir ein Glas Wasser über deinen Kopf! Ah! Das ist best of, Digga! Alles, was du schonmal gemacht habt! Digga, echt jetzt! Ah! Wasserflasche, Digga! Bericht aus der Puste, Digga! Okay, drei, zwei, eins, go! Tu es! Und? Schmeckt? Digga, das ist arschkalt! Ich zieh einfach den Kopf heraus! Ist mir egal! Mach einfach! Egal, geht kaputt! Egal! Okay, Adria, wir müssen jetzt Wahrheit machen! Äh, Digga! Ich hab wohl einen T-Shirt-Contest gemacht, Digga! Uuuuh! Nimm mit! Hab ich! Okay, wir müssen jetzt zur Kiste! Zurück! Okay, bin da! Komplett nass, Andri, ne? Ich bin komplett nass, okay! Ähm, 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 Wahrheit ist hier! Bei dem fetten Teddy, Digga! Let's go! Okay, ich drück! Direkt! Se! So, so'n Ding ist das! Zwei! Okay, Andri, wir waren erst deins! Wir machen meine erst! Okay, wo sind die Räume? Im Schiff, denk ich mal! Ah, hier! Okay, zwei! Okay, ich mach's auf! Wann hattest du das letzte Mal einen Lach-Flash? Und wieso? Wieso hab ich Lach-Flash so weit ausgesprochen? Lach! Okay, wann haben wir das letzte Mal uns durchgelacht, Digga? Gestern in der Aufnahme! Mit dem... Was, Bruder? Ah, was, Bruder? Stimmt! Was, Bruder? Leute, wir haben aufgenommen, Digga, das war unüberwitzig! Wir haben einfach die ganze Zeit Was, Bruder gemacht! Ich hoffe, ihr kennt den Meme, schreibt mal rein, ob ihr das kennt! Leute, schreibt mal rein, wenn ihr dieses Meme kennt mit Was, Bruder? Was, Bruder? Was hast du gemacht? Und wenn ihr das nicht kennt, alle tupst Dings! Was, Bruder? Was war die schwierigste Zeit in deinem Leben? Die schwierigste Zeit in meinem Leben! Okay, Leute! Leute! Meine schwierigste Zeit in meinem Leben war meine Ausbildungszeit! Ich wurde gemobbt! Ich wurde fertig gemacht! Der Job war hart! Ich war auf Baustelle! Und ja, das war die schwierigste Zeit in meinem Leben! Ich hatte Depressionen! Weil, wenn du jemanden mobbst, dann kriegst du Depressionen! Deswegen, Leute! Mobbt keine Menschen! Wenn ihr Menschen mobbt, dann seid ihr nichts besseres als... Hundekacke! Okay, Freunde! Wir machen einfach direkt weiter mit... Weiß langweilig! Weiß langweilig! Sag ich dir ernst, Digga, scheiße! Digga, lass noch einen machen, komm! Ja, komm! Einen noch, Digga! Ja, komm! Hast du geschlagen gerade? Warum schlägst du ihn? Alter! Schlagen wir nicht! Achso! Zwölf! Was hatte ich? Ich weiß nicht! Fünf! Welche machen würdest du aus Fortnite entfernen? Äh, ich weiß es! Achso, du bist dran! Achso, du bist dran! Sag ich dir ehrlich! Echt? Die packt mich so ab! Ich hasse die selber! Ich hasse die selber! Ich hasse die selber! Digga, ich bin voll am schwitzen wegen dem Scheiß! Digga, ich auch! Digga, guck mal, mein Kaffee T-Shirt und das! Hehehehe! Was sag was? Welche hatte ich? Zwölf, ne? Ja! Wo ist das? Ja, tu es! Ich tu es! Was war dein Lieblings-Live-Event in Fortnite? Boah, das Travis Scott-Event war schon geil, Digga! Boah, das war schon stark! Das war echt cool, Digga! Weil halt Musik dabei war! Das war so ein Konzert! Wisst ihr wie ich mein? Ja, mäßig! Die anderen kann ich mich nicht mal dran erinnern, Digga! Stark, stark, stark! Okay, André! Wir gehen wieder unseren Arsch verkaufen! Ja! Okay, Freunde! Wir sind in der Pflicht eingekommen und es geht los! Ach! Tappen wir noch nicht! Okay, let's go! Fünf, warten schon! Vierzehn! Ich weiß nicht! Ich weiß auch nicht! Wir machen erst acht! Wir machen erst acht! Wir machen erst acht! Äh, meine! Eine, neine, neine! Es geht los! Mal dir einen, aber tapfeil ins Gesicht! Digga! Dein armes Gesicht, Digga! André, weißt du was wir jetzt machen, Digga? Ja, wir machen jetzt Pflicht extrem, Digga! Wir fangen jetzt mit eins an! Und dann machen wir alle Aufgaben durch! Und dann ist es für mich zu Ende, Digga! Dein Ernst? Ich, du fängst an mit eins! Los! Klebe ein Stück Papier über deine Lebensanzeige, sodass du im Fall nicht siehst, wie viel Leben du hast! Uuuuh! Äh! Mach einfach deine Harteinstellung auf ganz klein! Weißt du was mein? Dann siehst du auch gar nichts mehr! Ihh! Mach dir echt nix, Digga! Es ist tot klein! Okay, zwei ist meins! Ich tu's! Mach dir ein Odoman-Loot-Pot-Brötchen und ess es auf! Wo das heißt denn, Digga? Wie soll ich das jetzt machen, Bruder? Hast du nicht Tu-Fisch-Salat-Sandwich suchst du dabei? Ich glaub, wir haben echt keinen Tu-Fisch da, Digga! Digga, mix irgendwas, zwei Sachen zusammen! So wie ich letztes Mal mit Nikola und... Okay, 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 okay! Ich lass mich kurz was überlegen, ich komm gleich! André! Ja, mein Freund! Ich hab was! Oh nein! Okay, ich beiß in eine Limette rein! Ja? Mit Mayo oben drauf! Digga, dein Ernst? Ja, ich mach es! Boah, Digga, ich krieg Gänsehaut, wenn ich das seh! Ah, Digga! Ich krieg bisschen Kotzwirkkeit gerade! Digga, es ist unüberlegig! Okay, let's go! Boah, allein dieser Geschmack, Digga, aus Mayo und Sauer! Hast du? Boah, Digga, das war ekelhaft! Glaub ich dir, Digga! Boah! Okay, André, drei! Ja, okay! Du musst lesen, weil ich kann es nicht mehr sehen! Okay! Rasier deine Seiten auf null! Spaß Gartens-Coin! Ehre, Digga! 31, Digga! Okay! Ich hätt's jetzt gemacht! Nein, bin ehrlich! Ja, ja! Fasten hier aus Kloppe einen Turban und mit hier einen türkischen Basar-Händler! Oh, Digga, das will ich sehen, Digga! Mit mir warte! Hallo! Kommst du Kaufe! Kommst du Kaufe! Kommst du Kaufe, Rose! Kommst du Kaufe! Ist die Rose echt? Die echte Rose! 2 Euro Rose! Kaufst du Rose! 100 Jahre Garantie! 100 Jahre Garantie! Okay, Freunde, das ist irgendwie ein ganz komisches Turban-Dings! Ups! André! 5 hatten wir schon! 6! 6! 2! 3! 1! 1! 3! 2! 1! 2! 2! 3! 2! 3! 1! 2! Hab ich nicht, Digga. Ich muss gucken, was ich hab. Digga. Soll ich dir eine tolle Geschichte erzählen? Ich hab einfach nix im Kühlschrank. Ich hab eine Paprika im Kühlschrank. Das war's. Äh. Äh. Was mach ich jetzt? Oh, du Mann. Hau irgendwas raus, was ich machen muss. Äh. Ich weiß nicht, André. Ich hab hier Papier. Soll ich ihn einfach essen? Ess ihn, Digga. Soll ich ihn mit runter schlucken? Mit runter. Okay, das klingt falsch, Digga. Tu es. Ich hab Klopapier gegessen. Tu es. Digga, ich hoffe, da ist nicht so Duftzeug drin, Digga. Na ja, ich hab düncht. Tu es! Okay, gab's die Dings, ne? Ganze, Ganze. Äh, Digga, ich krieg jetzt schon wirklich... Mach! Es ist eklig, aber mach. Okay, das kann man nicht runter schlucken, weil es zu viel ist. Okay, dann behalt's einfach in deinem Mund. Ich behalte einfach in deinem Mund die ganze Zeit so. Gib deinem Mitspieler eine Aufgabe. André, äh, mach eine Insta-Story, wo du ein Produktplacement über mich machst. Mit Kissen für den Mund? Ja. Okay. Du machst, du sagst, du sagst so, äh, die sollen halt meinen Kanal abchecken, aber wie als ob du so einen, so einen schlechten Produkt, äh, so einen Produktplatzierung machst. So richtig schlecht, so mit Link in der Infobox und so und swiped ab und so. Okay. Okay. Okay, Freunde, falls ihr noch eine Alternative sucht zu den besten YouTuber der Welt, habe ich dann die zweite Wahl für euch. Unten ist der Link in der Beschreibung. Man nennt ihn auch der dickeste Mensch der Welt. Es ist Odoman. Checkt ihn gerne ab, ich krieg da viel Geld. So? Ja, perfekt. Okay. Okay, Adry, ich bin dran mit 12. Ja. Dein Mitspieler darf dir eine Aufgabe geben. Oh, okay, okay, okay. Okay, okay. Äh, Digga, das fühlt sich so an, als hätte ich grad Zahn-OP hinter mir. Ähm, was soll Odoman machen? Odoman, ich hab ne Aufgabe. Ja. Du kaufst mir im Shop alles, was ich will. Ach, ja. Oh, ein paar Skins, ne? Ich hab schon lange keine mehr gekauft. Du bist so ein 31er, Digga. Okay, Freunde, ich würde noch mal was sagen. Das machen wir später nach dem Battle und wir gehen rein in das Battle. Andry, wir müssen jetzt irgendwelche Coins nehmen, ne? Egal, nimm einfach. Mach den, Digga. Äh. Komm, das reicht. Wie viel hast du? 400. Okay, ich hab 450, das passt. Komm rein in den Fight. Let's go. Okay, Andry, pass auf, pass auf. Guck mal. Wir haben ja eine neue Regelung, Leute. 200 kostet ein Verband. Und mit dem Verband können wir uns Perks kaufen, Digga. Doppelt Leben, Instant Reload oder Speed. Und ich hol mir direkt Instant Reload, Digga. Instant Reload. Wow, Instant Reload und dann, äh, Benson Digga, du weißt schon. Instant Reload, Digga. Und dann, Jagdgewehr. Jagdgewehr. Ich hab aber nur noch 150 und dafür kaufen wir uns. Okay, jetzt kriegst du mies auf die Fresse, Digga. Für alles, was du mir jemals angetan hast. Für alles, was du mir jemals angetan hast. Äh. Ja, ich würd sagen, wir starten neu. Okay, Leute, es geht los, direkt. BOOM. Oh, wir haben jetzt Zielt. Oh, 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 Digga. Du hast gezielt. Hab ich auch, weil du auch gezielt hast. Du kleiner 1,30er, Digga. Du kleiner Penterro, Digga. Muck nicht. Du kleiner. Dimmelberger. Komm. Komm. Boom. Hä, bist du echt so, Digga? Bist du echt so, Digga? Bei mir war aus Versehen, Digga. Bei mir ist no aim, Digga. Soll ich dir ehrlich? Hä? Hä? Digga, ich klatsch dich einfach. War klar, dass du jetzt triffst, Digga. Digga, ich klatsch dich einfach. Digga, ich klatsch dich einfach. Ich klatsch dich einfach. Du es doch, Digga. Du es doch. Hallo? Okay, okay, alles gut. Sturmwarnung war gerade. 2, äh, 1,1, Digga. 1,1, gar kein Problem, André. Hä? 1,1, ich hab dir schon Headshot gezogen, du Fettsack. 1,1. Was lachtest du? 1,2. 1,2, sag ich doch. Für mich. Sag ich doch, für mich. Kuckuck. Kuckuck. Tadda! Oh. Jetzt klatsch dich. Arsch. Digga, du willst so einen. Was? Du hast doch nochmal... Okay, Leute, wenn ich das Video gefallen habe, dann lass einen Like, wir lassen auch unter. Wir machen es nicht doch, Cridger, wenn es nicht mir gefallen hat, dann checkt das Atelier unten in der Infobox. Habt ihr euch, wo man sagt, wir sind Sporker, in meinem Video aus, rein und schau, 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 schau.